topfgucker tv empfiehlt hallo herzlich willkommen in der speisenkammer im burg im spreewald mein name ist marco guido küchenchef hier und wir kochen heute etwas regionales ein wildschweinrücken mit pastinake rosenkohl und rote beete also wir fangen an mit der pastinake wunderbares gemüse etwas in vergessenheit geraten und ja wintergemüse lässt sich wunderbar bei frost noch draußen lagern und entfaltet eigentlich erst durch den frost den wahren geschmack wird süßer und leckerer da wir immer wollen möglichst alles vom produkt zu verarbeiten werden wir die pastinake erstmal schälen aus der schale ein paar chips machen was wunderbar lecker ist und ja das restliche gemüse als würfel und als püree dazu habe ich die pastinake vorher kurz abgewaschen getrocknet und dann schälen wir die einfach ganz normal runter also pro portion rechnet man so ungefähr sagen wir eine pastinake weil wir alles davon verarbeiten also für vier personen reichen jetzt vier große pastinaken wenn sie kleiner sind natürlich etwas mehr die spitzen schneiden wir ab kann man wunderbar verwenden in einem gemüsefond oder hühnerfond nochmal wunderbares anderes aroma mit hinein und diese pastinake werden wir uns jetzt erstmal zurechtschneiden das heißt das innere werden wir als kurz gebratenes gemüse verarbeiten und die kompletten abschnitte werden zum püree somit haben wir dann quasi die ganze pastinake aufgebraucht die abschnitte grob würfeln nicht zu wenig butter butter ist geschmack und hilft dem püree auch dass es cremiger wird jetzt keine pastinaken bekommt der kann das gericht natürlich auch abwandeln man kann petersilienwurzel nehmen ähnlich der pastinake man kann topinambur nehmen man kann das ganze mit karotte machen mit sellerie und die zubereitungsart würde sich dadurch nicht ändern nur halt der geschmack lassen wir die butter zerlaufen pastinaken dazu ganz wichtig ist halt dass man es gleich salzt das salz sorgt dafür dass der saft aus der pastinake raus kommt das wasser was entdampft und ich habe umso mehr geschmack im ganzen topf würde ich das nicht machen hätte ich nachher ein besseres püree ist genau das gleiche prinzip als wenn man wenn man kartoffeln kocht die nicht richtig abdämpft und dann daraus püree macht das würde mal wässlich schmecken das erreiche ich jetzt mit dem salz so die pastinake lassen jetzt nebenbei hier schön etwas in sich schmoren ja das dauert so zehn minuten mindestens man leid wenn sie weich ist und am besten ist immer die nase drüber halten und wenn man gegartes weiches aromatisches gemüse nicht denn es ist soweit dass wir da weitermachen kann ich etwas farbe nehmen wenn es farbe nimmt wird es natürlich umso leckerer wir machen weiter mit dem wildschwein dafür hier ein wildschwein rücken vom jäger schon grob zerlegt also wir müssen noch den rücken mit ihr mit dem bindegewebe und den sehnen jetzt erstmal entfernen müssen wildschwein kann man natürlich einen frischlingsrücken nehmen vom jungen wildschwein der aber meiner meinung nach nicht so aromatisch ist ein schönes wildschwein so ein maximum zwei jahre alte schon was besseres die sehen schön vorsichtig entfernen denn immer wichtig ein scharfes messer mit möglichst wenig schnitten in meiner sehne entlang ziehen die abschnitte kann man wenn man noch knochen hat zu soße verarbeiten oder einfach mit gemüse zu einer brühe auskochen wunderbare grundlage für eintöpfe was ja im winter auch wieder was tolles ist und da ja immer noch etwas fleischreste dran sind also extrem viel geschmack dabei nehmen wir immer ein auge auf die pastinen hacken so das ist für unsere suppe jetzt haben wir dieses gerät jetzt als hauptgang ohne vorspeise und so weiter wurde ich so ungefähr 200 gramm fleisch pro person einkalkulieren wenn man eine vorspeise haben etwas weniger sagen wir 150 bis 160 gramm das reicht und dadurch dass es ja wirklich gut gereift ist man merkt dass es ist schön weich aber auch trocken haben wir nicht so viel verlust als wenn wir jetzt ein frisches tier braten und auch viel flüssigkeit austritt also 200 gramm als hauptgang reicht da ganz locker zu wir machen das jetzt portionsweise man könnte das natürlich auch wenn man mehrere personen hat im ganzen strang braten was auch recht lecker ist macht aber nicht viel unterschied also wir machen jetzt das als einzelne portion man merkt schon unsere pastinaten verändern langsam die farbe sie werden gelblicher der zucker der reichlich drin vorhanden ist fängt an zu karamellisieren und man riecht das auch schon das ist dass sich jetzt etwas verändert hier im topf wir braten den wirkspannrücken an relativ heiße pfanne zum braten verwende ich ein neutrales öl da kann man rapsöl nehmen oder sonnenblumenöl weil das fleisch soll ja nach dem schmecken was es ist und nicht durch öle verändert werden wir geben halt zum schluss noch aromaten dazu um das ganze zu unterstützen aber im endeffekt möchte man doch dass das wildschwein nach wildschwein schmeckt pfanne relativ heiß dauert kurz der kenner merkt das am öl wie das öl in der pfanne fließt ob es heiß ist oder nicht ja es sollte kurz vor dem rauchpunkt sein wir würzen das fleisch feuer leicht mit salz ich will immer vorsichtig anbraten das heißt nicht zu heiß werden weil es ja doch relativ fettarm ist und die stellen außen und mit dem anbraten relativ schnell trocken werden also milder wilde hitze sagen wir sind so ungefähr bei 160 bis 180 grad und dann passiert da nicht allzu viel lieber ein bisschen weniger anbraten und in den ofen schieben als zu lange braten weil die außenflecken wirklich nicht gut schmecken also die gehen nur leicht farbe leichte bräune weil das tun wir schon beim nachbraten später riechen für den ofen aus der pfanne rausnehmen damit keine fremdhetze mehr eindrückt dass links herum hitze bekommt im ofen und dann geben wir es in den ofen bei 90 grad für ungefähr 15 minuten kommt auch die dicke drauf an und lieber ein bisschen weniger hitze und länger so aromatischer zarter wird das fleisch so unsere passen nach ist jetzt soweit dass wir ablöschen können was wunderbar in den winter passt und zu diesem wurzelgemüsen ist cherry man könnte auch weißen portwein nehmen aber ich bevorzuge cherry nur ganz wenig um kein scherrie geschmack zu erhalten sondern um den eigenen schmack dieser dieser gemüse zu unterstützen und lösch ein bisschen ab damit anschließend ließen wir mit etwas sahne auf lassen das ganze auf kleiner hitze weich kochen jetzt haben wir ja noch unsere pastinaken die zugeschnittenen die wir nebenbei braten ganz wichtig bei denen werden wir nicht gleich salzen weil wir wollen ja nicht unbedingt ein weiches produkt haben was das wasser rauszieht sondern wir wollen ein karamelleffekt außen haben an der pastinake in der mitte weich und wir würzen hier wirklich ganz zum schluss haben wir wieder eine pfanne mit neutralem pflanzenöl und lassen die schön langsam braten dass die dass der zucker karamellisieren kann dass die pastinake weich wird und eine sagen wir simple aber leckere gemüsebeilage gibt so wir machen weiter mit unserem rosenkohl jeder kennt rosenkohl gekocht oder von der roma noch zu weichem matsch verkocht und da bin ich eigentlich nicht so ein freund davon ich mag das eher wenn man die wirklich kurz anbrät weil er dadurch viel nussiger schmeckt noch bisschen bis hat und eigentlich ein komplett anderes geschmacksbild hergibt als ein gekochter rosenkohl dieses kohlige geht weg schmeckt einfach wenn man die augen zu macht als wenn man eine nuss ist was halt wieder zum wildgut dazukommt dadurch entfernen wir den strunk und zerlegen den rosenkohl in einzelne blätter mühsame arbeit aber für die mühsam arbeiten findet sich immer jemand in der küche so haben wir es geschafft halbe stunde rum was halt über bleibt ist nicht der komplette rosenkohl ein kleiner kern immer über die kann man natürlich dann kochen oder eine schöne rosenkohl suppe draus machen also wieder alles offen dafür gebraten pastinake fängt auch langsam an braun zu werden dass das mal wenn das kocht auch schön langsam ein wird langsam schon breit jetzt wäre der moment wo man eine gabel nehmen könnte es zerstampfen hätte man schön stampf aber wir wollen ein ganz feines pügel nachher haben die rosenkohlwetter dauern wirklich eine minute und um wieder diesen typischen geschmack oder in diese richtung des rosenkohl zu kommen gehört dazu speck und zwiebeln dafür haben wir einen schönen geräucherten bauchspeck wenn man natürlich jetzt einen guten jäger hat oder einen schönen händler der so was vom wildschwein macht gleich vom wildschwein nehmen man könnte auch eine wildschwein salami nehmen was auch wirklich lecker ist aber da muss man immer vorsichtig sein salami beim braten wird extrem salzig wir haben jetzt einen ganz normalen geräucherten speck lieber in feine streifen schneiden und wenn er ohne fett in der pfanne richtig knusprig ausbraten die zwiebel ganz einfach eine soviel geschmack so langsam wird der speck knusprig kleine flamme das ganze fett rausgebe zwischenzeit werden wir unsere schalen frittieren und hier leider gottes in letzter zeit immer negativ gesehen weil eine fettige angelegenheit und so ist aber was eigentlich stimmt wenn ich habe ordentliches sauberes öl wieder ein geschmacksneutrales öl habe hohe temperaturen muss gleich anfängt zu garen und wenn ich erst danach auf ein küchentuch gebe wo alles abtropft das eigentlich gar keine fette sache jetzt haben wir unser öl sollte ungefähr eine temperatur haben da sagen wir mal von 160 bis 170 grad einfach zu testen man nimmt sich ein stück schale hält sie kurz rein man sieht es passiert noch nichts also ist das öl zu kalt wenn bläschen aufsteigen oder man merkt es passiert dabei was haben wir die richtige temperatur was die nacken werden langsam weich man sieht sie liegen sich durch schön braun geworden immer von der anderen seite bräunen und nun zu kärfen jetzt sieht man es steigen gläschen auf das heißt wir haben die temperatur erreicht so rein ruhig möglichst viele dann lassen wir die schön knusprig aus frittieren gerade diese diese gemüse mit sehr viel zucker eignen sich fürs frittieren weil er halt da der geschmack kommt durch den karamellisierten zucker und mal abends so als snack für zum fernseh gucken außer kartoffelchips halt mal fast die nackenschips oder diese turbinaburlchips ist das schon was feines ist wichtig halt immer gemüse was wirklich viel zucker hat dann werden sie knusprig und sehr sehr lecker also sind leicht braun unsere chips wenn sie trocknen werden sie halt fest ganz wichtig ist halt gleich salzen das salz sollte man dafür das restliche fett zu binden wird auf dem tuch abgetropft man lange weil hat so lange wie die warm sind kann man die nur form könnte man jetzt spielen form oder was wie sich kann man halt mit den kindern kann man spielen wenn die kinder für sowas entwickeln will mein mensch hier kannst du den finger drehen ring basteln und wenn es halt kalt ist denn es ist denn es ist fest und dann kann man halt mal nicht eine pastinake essen sondern gemüse regen und alles und spaß ganz gutes macht spiralen oder man kann busch da machen sagen mal hier ein l luisa das ist ein chip und alles und spaß lassen wir jetzt einfach am rand stehen und dann passiert nichts mehr so wir schauen wir nach dem fleisch man merkt es ist fertig gibt auf druck nach und ja wer jetzt zu hause das nicht so sich nicht zu sicher ist könnte eine nadel nehmen einstechen zwei sekunden warten an die unterlippe halten und wenn man das gefühl hat es ist warm ist das fleisch fertig wenn man sich die lippe verbrannt hat dann war es zu lange drin oder man sticht rein zieht raus und wenn klarer saft rauskommt ist das fleisch auch fertig kommt roter saft raus brauchst noch kommt gar kein saft raus denn war alles zu spät das lassen wir jetzt einfach an einem etwas warmen ort wo es nicht zu doll auskühlt noch fünf minuten stehen dass sich das fleisch entspannen kann dass der saft im fleisch gebunden wird wenn wir es nachher schneiden dass nicht alles raus läuft so unser speck ist mittlerweile auch soweit jetzt geben wir die zwiebel würfelchen dazu lassen die noch kurz mit aus haben wir hier rote beete die ist jetzt in alufolie mit etwas salz im ofen gebacken dauert ungefähr anderthalb bis zwei stunden und gibt auch immer einen ganz anderen schmack als wenn man die kocht also man nimmt rote beete wird die mit salz packt die in alufolie ein und schiebt die in den ofen kann man nebenbei machen wenn man sonntagsbraten macht oder halt wenn der ofen an ist einfach nebenbei mit reinschieben pellen und dann hält die sich auch locker eine woche im kühlschrank also die schneiden wir jetzt ungefähr drei bis vier millimeter dicke scheiben eine pfanne stellen die so wie sie ist unter den warmen grillen also ist ja noch genug sacht drinnen jetzt wird sie warm fängt etwas an zu trocknen entwickelt auf einmal ein ein aroma was an marmelade erinnert und wir kriegen wieder diesen diesen süße kick hin den man bei wild gerne macht was ja klassisch ist wir machen das halt dadurch dass die dass die rote beete in diese richtung gebracht wird also die pastinatische unser püri ist reich ich benutze eine küchenmaschine um das für pürieren wer jetzt keine küchenmaschine hat eine sehr viel lange weile hat durch ein sieb streichen oder wie es erst schon angedeutet hatte man nimmt eine gabel zerstampft es man hat einen pastinaten stampf geschmacklich das gleiche nur die konsistenz etwas grober ansonsten kein unterschied also das kann man die konsistenz noch kontrollieren wenn zu wenig flüssigkeit drin ist das nicht richtig püriert noch etwas sahne dazugeben wer es doch nicht zu fett mag etwas berührt aber ich nehme gerne sahne weil irgendwo muss der unterschied sein dass im restaurant immer noch etwas besser schmeckt als zu hause gehen wir nochmal zurück in den topf immer schön warm zu machen was die rote beete macht man hört schon langsam wie es anfängt zu zu braten im eigenen saft der saft entweicht man riecht schon das erdige aber auch süße so wir müssen jetzt nur unser rosenkohl kurz braten und das fleisch noch mal nachbraten das wieder richtig heiß wird und wir aromatisieren das etwas um den wildgeschmack zu unterstützen aber auch um dieses gericht komplett zu machen für den rosenkohl nehmen wir ein klein wenig butter lassen die braun werden so bei butter jetzt fängt sie an aufzuschäumen und das der moment nach dem aufschäumen wird die butter braun nehmen wir den rosenkohl dazu lass den kopf braten ohne großartig zu wenden würzen mit salz aber salz vorsichtig speck und am rand schon langsam braun einmal kurz durchschwenken und zur seite stellen der zieht jetzt nach die resthitze und der kann ein bisschen bis haben beim fleisch das gleiche spiel wir nehmen in den butter butter geschmacksträger da aber jetzt noch ein paar sachen dazugeben um das zu aromatisieren brauchen wir mutter weil nur butter überträgt nur ein öl wo er das nicht funktionieren lassen wir die mutter wieder leicht aufschäumen geben unser fleisch dazu würzen das noch mal nach mit salz relativ großzügig weil der salz nur außen ist und zum aromatisieren etwas rosmarin wir können auch wacholderbeeren dazugeben die den wild geschmack noch mal unterstützen etwas thymian was bei schwein immer gut kommt zum etwas knoblauch aber halt wenig er soll nicht nach knoblauch schmecken das soll wirklich nur den geschmack unterstützen kann für die knoblauchzehe leicht andrücken dass die tierischen öle raus können mit dazugehen jetzt ist halt wichtig dass man aufpasst dass der knoblauch und die kräuter nicht verbrennen weil sonst würde alles bitter werden das fleisch kurz wenn und bei wildschwein wunderbar ist kakao also kein kakao um sich ein milchkakao zu machen sondern ein backkakao einen relativ bitteren starken kuren kakao und damit das fleisch leicht ansteuben hier vorsichtig der kakao verbrennt schnell wirklich ganz zum schluss mit allen seiten schön hier sieht man zum beispiel jetzt durch das nachbraten kommt noch mal die bräune also man braucht das beim anbraten bevor man es in den ofen schickt nicht allzu sehr braten dann können wir auch unser gericht schon anrichten den clou zu diesem gericht haben wir noch ein baumkuchen von der pastinake sehr aufwendig zu machen gibt es auch glaube ich nur bei uns ja man kennt den baumkuchen eigentlich nur als süße variante zu weihnachten das ist eine würzige variante eine kleine sättigungsbeilage und wer erstmal probieren möchte sollte vorbeikommen so wir fangen an mit unserem püree leicht über den teller ziehen unsere angebratenen pastinaken verteilen wir die rote beete jetzt wunderbar angetrocknet in saftig außen getrocknet und hat jetzt komplett ihren geschmacknummer verändert ein bisschen baumkuchen unser fleisch schön schwein lieber will schwein lieber etwas mehr aufgrund der krankheiten die da entstehen könnten wir haben noch unsere rosenkohlblätter das speck zwiebel gemisch ich habe hier noch zwerg orangen eingekochte die noch mal ein bisschen frische reinbringen das ganze gericht als saucen ersatz nehmen wir diese brat butter von unserem wildschwein mit dem kakao und zum schluss als klou unsere vorbereiteten chips die jetzt wie man sieht schön fest sind ein bisschen leben auf den teller bringen so das war ein kleiner einblick in unsere winterküche wenn sie appetit bekommen haben oder lust schauen sie herein seien sie unser gast probieren sie aus bei fragen rufen sie ein schreiben sie uns eine nachricht guten appetit alle gastgeber und rezepte unter www.topfgucker-tv.de